die kommt tief die kommt tief die landet die landet die landet Kahl an Uppel ja doch 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 die Landet Obeck vor mir direkt vor mir direkt vor mir die Echthiefer von mir das nicht mehr direkt auf die Ente sind die Schließt ja macht direkt auf die Ente Gb ein wenig am besten noch nicht kann man nicht und zwar nicht schießen die Landet die Landet du musst nicht schießen du musst noch nicht abtäuscht durch die Strecke vor mir macht wenn du wenn du kannst dann nach der Hauptstadt Lass einen aufsteigen da steigt keiner aus, die picken noch eh nur ein da steigt einer ein er hatte Janik doch recht doch Baller drauf wenn du kannst Digga ja die landet da halt ne ist aus oh lol vielleicht Pilotenwechsel ab da hin alter ganz schnell ab da hin ja ich bin unterwegs warte 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 ich sie auch ein Warte gibt Micky wartet auch immer gib mir ne Sekunde ich seh den am Heli Swawa warte Swawa am Heli sie hab ich gerade gesehen na guck dann an meine Richtung darf ich mach alter nein mach 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 warte noch nicht nein 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 warte äh wollen wir ich kann Swawa machen ja auf jeden Fall ein hab einer nach links weg in die Tannen reingerannt in die Tannen reingerannt hab ihn gehitzt hab ihn gehitzt rennt weg in den Tannen ich verfolge ich verfolge ich muss ich muss ich muss ich warte ich muss ich muss ich muss ich auch hinterher sag mir wenn er stehen bleibt in den Advents.Fahrer ich seh ihn nicht mehr seh ihn nicht mehr es tut er ent komplett durch am Waldrand ich bin im Wald Ich habe auf jeden Fall einen mit einer M60 gekillt, ey. Tut mir eben kurz die M60 nachher an Waffe. Ich habe die Waffe von ihm getroffen, von dem Bandit. Die M60 habe ich gehittet. Der SVD und der M60, Alter. Warte, 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 rennt weiter. Die M60 sind vorbei. Ich habe auch gerade keine Ahnung, ob er mir jetzt in die Arme flinkt. Ich weiß es nicht. Ja, rennst du oben? Ja, ja, ich bin Blondi, ich bin Blondi. Der ist weiter, viel weiter. Der ist hier direkt losgesprintet. Genau deshalb hätten wir auf Tobi warten müssen. Weißt du, die wollten die auch aufgeschossen. Ich habe auch einen, ich habe einen. Ich habe auch einen, den zuweilen. Ich habe auch noch auf den gleichen Geschossen. Egal, noch ist nur nichts verloren. Ah, ich sehe nicht, ich sehe, er rennt weiter. Ich glaube, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Nee, er rennt weiter, er rennt immer noch weiter. Wo ist er denn? Er rennt jetzt. naja ist doch nicht tot nein denn zum kürt die wald habe ihn kopfschuss dann ich kann dann geht ihr zurückkommert euch packt alles ein weg hier ja 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 ihr beide geht ihr zu hört ihr beide geht zurück packt alles ein ich holt jeden sein zeug und dann lasst sie weg ja ja nicht du kannst mich habe adventure ich kann alles einpacken der jahre ist ein handy drin ist kamen die müssten doch hier die äh nested build stuff gehabt haben oder nein der hier hatte nix außer ne säge ah ja alt ich hab ein ganzes fundament im rucksack ptf auf ihrem medical kill boah ich weiß nicht was ich nehme hast du predigt die gekillt der hat auf jeden fall eine m60 land gab die habe ich egal dass das alles ist jetzt alles weg einfach einpacken ja ja einpacken leute einpacken und das hier ganz schnell weg ja das war natürlich doof für die würde ich sagen aber die haben uns auch hier gefickt er haben hier nur wie straner ich kann die waffen und ich nicht mitnehmen der vfss liegt hier noch holt mich mal ab ich habe alles von dem ganzes fundament noch ich habe gedacht sind blutwurst ist hier ne ich bin direkt wieder zu rothecht weil du hast geschossen und auf einmal kam halt so ein nspu kill alter eine frage steht die bots jetzt im komplexen aber junge wie kann man denn bitte hier landen wenn man da in der Stadt hat er glaub ich gar nicht gecheckt bin vor euch Hauptsache ich schießt diesen blauen Wände ja ich hab's gesehen komm noch ein bisschen vor zu den roten Büschen hier das war aber wenn man wieder richtig schlecht bei uns muss ich sagen quatsch also wirklich schlecht